Günther Sauer war ein deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher sowie Hörspiel- und Dialogregisseur. Seine Tochter ist die Moderatorin Sabine Sauer. Leben Günther Sauer wurde 1919 in Breslau geboren. Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Schauspieler aktiv. Ab Mitte der 1960er Jahre arbeitete er auch häufig als Synchronsprecher, so sprach er RU. A. Regis Thumai als Chefinspektor Bernie Uhls in Tote schlafen fest und Walter Slesak als Don Petrovagas in der Pirat. Über die Jahrzehnte hinweg sprach Sauer alle möglichen Darsteller von Eddie Albert, Ernest Borgnein, Lino Ventura bis hin zu Patrick Wiemark. Seine durchgängigsten Sprecherrollen hatte er jedoch in Fernsehserien. Den meisten deutschsprachigen Zuschauern wird seine Stimme als die des Gene Richard als Kommissar McGree in McGree und die des Carl Swenson als Lars Hansen in Unsere kleine Farm oder die des Radiora in Dr. Snuggles in Erinnerung geblieben sein. In seinem eigentlichen Beruf als Schauspieler war Sauer neben dem Theater auch in Spielfilmen und Serien aktiv. Darüber hinaus wirkte er als Hörspielsprecher insbesondere in der Funktion des Erzählers und als Hörspielregisseur bei über 100 Hörspielproduktionen des WDR, des Bayerischen Rundfunks, Südwestfunks, Süddeutschen Rundfunks und einiger rein kommerzieller Kinder- und Jugendhörspielproduktionen. Mehrfach errangen Hörspiele unter seiner Regie die begehrte Auszeichnung Hörspiel des Monats. Günther Sauer war mit einer Studienrätin verheiratet. Die gemeinsame Tochter Sabine Sauer wurde 1956 geboren und startete später eine Karriere als Hörfunksprecherin und Fernsehmoderatorin. Günther Sauer starb 1990 im Alter von 70 Jahren. Filmografie 1969 Die Hupe eine Schülerzeitung 1969 La Felicita 1969 Protokoll einer Heirat 1969 Eden ist fern 1970 Der Nagel 1973 Der Bastian Raute er wollte ihr so viel sagen 1975 Eine ganz gewöhnliche Geschichte 1978 Wallenstein als Sprecher aus dem Off 1980 Luzi der Schrecken der Straße Hörspiele Sprecher Berthold Brecht Die Drei Groschenoper Regie Ulrich Lauterbach Bearbeitung Wolf Dresb Komponist Kurt Weil Mitwirkende Mäcki Messer Horst Tappert Jonathan Geremia Pitschum Willi Trenk-Trebic Selia Pitschum Heide-Marie Heldeyer Polly Pitschum Steffi Steffi Helmar Braun Franz Kutschera Lucy Ursula Dierichs Spielungen Jenny Gudrun Thiele Mann Textsprecher Günther Sauer 143 Minuten HRSR SWF WDR 1968 Der Mörder soll sterben Regie Hans-Gerd Kropmann Mit Renate Großer Ulrich Matschoss Heinz Schimmerl Pfennig Günther Sauer Ruh A 1968 Agatha Christie Mord im Pfarrhaus Mitwirkende Pfarrer Hans Quest Griselda Seine Frau Ingrid Kapelle Dennis Elmar Wepper Mary Dienstmädchen Edith Hanke Ronaldos Wolfgang Weiser Virginia Hampton Karin Braun Miss Marple Erika von Delmann MRS Preis Ridley Paula Denk Anne Hampton Hanne Wider Lorenz Redding Jürgen Gosler Dr. John Highcock Alf Termin Inspektor Slack Günther Sauer 95 Minuten BR 1970 Kat Wiesel Folge 3 Die Flucht aus der Gefangenschaft Regie Benno Schur Produzent Wolfgang Ecke Erzähler Günther Sauer Kat Wiesel Hans-Jürgen Deitrich Richter Walter Lauchwitz Sekretär Robert Radtke Normanne Ludwig Thiesen Normanne Wolfgang Reinsch Philips Phonogramm 1978 Helmut M. Backhaus Die Scotland Yard Story Regie Alexander Malachowski Mitwirkende Heinz Drache Erich Hallhuber Eva Maria Meineke Günther Sauer Lilian Westphal BL 1987 187 Minuten Hans Henny Jahn Die Nacht aus Blei Regie Hans-Gerd Krogmann Bearbeitung Regine Arem Mitwirkende Engel Barbara Zimmermann Matziöi Christoph Quest Erzähler Günther Sauer Franz Tobias Lelle Elvira Hannelore Hooger Anders Siemen Rüha Kellnerin Ute Mora BR SWF 1984 E.T.A. Hoffmann E.T.A. Hoffmanns Goldener Topf Ein romantisches Fantasiestück Regie Bearbeitung Heinz von Kramer Mitwirkende Ernst Jakobi Daniel Kasztschere Karl Lange Evelin Pielmeier Ernst Otto Fuhrmann Peter Lieck Grete Wurm Paul Birx A.118 M.I.N.S.D.R. WDR 1985 Bernhard Kellermann Der Tunnel Regie Wolf Heuber Bearbeitung Helmut Zwoboda Mitwirkende Günther Sauer Martin Umbach Karl Michael Vogler Helga Stock Wolfgang Büttner Peter Fricke Paul Birx U.A.76 M.I.N.B.R. Bernhard Kellermann Der Tunnel Regie Wolf Heuber Bearbeitung Helmut Zwoboda Komponist Hermann Josef Mitwirkende Erzähler Günther Sauer Sprecher Martin Umbach Meckeln Karl Michael Vogler Maut Helga Stock Leut Wolfgang Büttner Ittel Kerstin Diana Hobby Peter Fricke Wolf Paul Birx Herr Riemann Gernot Deda 76 Minuten BR 1985 Michael Ende Die unendliche Geschichte Regie Anke Beckert Mitwirkende Harald Leibniz Clemens Kleiber Matthias von Stegmann Horst Breitenfeld Helga Deners Gerd Günther Hoffmann Hanne Wider Franz Rudnick Karl Rehner Günther Sauer Michael Lenz Christoph Quest Harry Kallenberg Kurt Sips Alexander Malachowski Uli Philipp Jürgen Gosler Horst Sachtleben Wolfgang Büttner Karussell Phonogramm 1985 Regie Graham Blackhead Lockenköpfchen Regie Günther Sauer Übersetzung Marianne D. Bade Mitwirkende Michael Thomas Michael Schwarzmeier Emily Reuer Manfred Kote Edgar Ott 55 Minuten SDR OJ Michael Dienz Hochzeitsreise mit Hindernissen Regie Günther Sauer Mitwirkende Werner Bruns Emily Reuer Hermann Schaumberg Ursula Langrock Peter Fricke U.A. 59 Minuten SDR OJ Dieter Kühn Symptome Regie Günther Sauer Sprecher Leonard Steckel 1964 René D. Obaldia Die Tränen des Blinden Regie Günther Sauer Mitwirkende Johannes Schauer Wolfgang Scherlitz Udo Wioff Brigitte König 45 Minuten HR WDR 1964 Jan Risch Vertreibung Regie Günther Sauer Mitwirkende Walter Blum Trudig Daniel Ruth Helberg Ruth Balder WDR SWF 1965 Paul Wühr Gott heißt Simon Kumas Ketsch Regie Günther Sauer Mitwirkende Simon Kumas Ketsch René D. Obaldia Wittgen Lieberi Kumas Ketsch Ernst Jakobi Prior Aydan Kurt Lieck Saprio Ith Frith Hannes Messemer Pater aus WI Franz Josef Steffens WDR 1965 Samuel Beckett Aschenglut Regie Günther Sauer Henry Heiner Schmidt Adder Luise Martini Der Klavierlehrer Enzo Cialani Der Reitlehrer Karl-Heinz Bender 53 Minuten WDR 1966 Bleis Centras Warum Warum Regie Günther Sauer WDR 1966 Rainer Puchert Der Große Zübeleck Regie Günther Sauer Zübeleck Klaus-Jürgen Wuss O. Mulzhaupt Günther Neuze Stichel Alwin Joachim Meyer Zettelfink Werner Runzhagen Marianne Brigitte Die Sonne ist nicht mehr dieselbe Regie Günther Sauer WDR 1967 Dieter Kühn Eskalation Regie Günther Sauer WDR 1967 Ernst Meister Die Sterblichen Regie Günther Sauer Mitwirkende Romer Bahn Romer Bahn Mila Kopp Walter Blum Ingeborg Engelmann Ulrich Matschos Elisabeth Schwarz Anna Großmann Hans Mahnke Trau Gott Bure 66 Minuten SDR NDR 1967 Michael Michael Tonecki Was ist heute für ein Tag Freitag Regie Günther Sauer Übersetzung Heinrich Kunstmann WDR 1967 Paul Wührer Lancaster Regie Günther Sauer Jeff Lancaster Günther Neutze Lucy Dent Maria Häusler Peter Dent Karl-Heinz Martell Charles Fielding Hans-Helmut Dicco Rita Wells Ilona Widem Inspektor Hamilton Armas Tenfühler Inspektor Berleck Ulrich Matschos Inspektor Kien Kurt Konde 60 Minuten SDR 1968 Heinz Erich Der Herbstzeitlose Regie Günther Sauer WDR 1968 Rainer Puchert Das ganz wahnsinnige, wilde und verwegene Spiel der drei Geschwister Rebsam nebst ihrer treuen Gefährten Hanni Eberhardt EU Regie Günther Sauer WDR 1968 Die Freunde Regie Günther Sauer Sprecher Kurt Lieck 1968 Diodier Sebastian Parmignon Regie Günther Sauer Sprecher Kurt Lieck WDR 1968 Isaac Asimov Ich der Robert Regie Günther Sauer Bearbeitung Karl Dietrich Karls Mitwirkende Hans-Jörg Femi Ernst-Fritz Fürbringer WDR 1969 Die Gefangenschaft des Obertaler Regie Günther Sauer Mitwirkende Hans-Jörg Femi 1969 Femi Euber Schildkröte Regie Günther Sauer Übersetzung Elmar Tophofen WDR 1969 WDR 1969 Minuten WDR 1970 Gerhard Kelling Die Auseinandersetzung Regie Günther Sauer WDR 1970 Robert Wolfgang Schnell Der Fleck auf dem Schuh oder soll Prometheus gefesselt werden Regie Günther Sauer Sprecher Ursula Landrock 56 Minuten WDR 1970 Gustav Adolf Himmel Der Mann auf der Straße Regie Günther Sauer WDR 1970 IMEI Kidde Im Teufelskreis Regie Günther Sauer Übersetzung Gustav Kemperdick WDR 1970 Blok Modissein Die Viertelmillionäre Regie Günther Sauer Übersetzung Harald Müller 33 Minuten WDR 1970 Andrei Wesler Februar Wind Regie Günther Sauer Übersetzung Bertrich K. Becher WDR 1970 J.C. D. Kraft Besuch aus der Vergangenheit Regie Günther Sauer Übersetzung Willi H. Team WDR 1971 Barbara König Ich bin ganz or Regie Günther Sauer Komponist David Kamin Mutter Roma Bahn Vater Karl-Hans Marie Gertrau Theise Vater Hans-Gall Friedrich Onkel Robert Werner Runzhagen Gerald Manfred Georg Hermann 35 Minuten WDR SDR 1971 Robert Thuhü Köpfchen Köpfchen Regie Günther Sauer SDR 1971 Janine Worms Fönnies Sagen Regie Günther Sauer Übersetzung Maria Frey WDR 1971 Oskar Zähm Die Nachtwächter Regie Günther Sauer Max Hans-Dieter Zeidler Emil Walter Blum 41 Minuten SFB ORF 1971 Kobo Abe Zeitklippe Regie Günther Sauer Übersetzung Siegfried Scherschmidt Der Boxer Peter Thuhm Die Stimme Alf Maholm 25 Minuten SDR 1972 Don Hayworth Mehr und mehr und noch mehr Sim Cox Regie Günther Sauer Übersetzung Marianne D. Bade Hubert von Bechtholzheim Mitwirkende Horst Naumann Irene Marholt Walter Juckisch Edith Herdegen Werner Hessenland 43 Minuten WDR 1972 Richard Hay Katharina L. Regie Günther Sauer Heinz-Dieter Köhler Otto Kurt WDR HR 1972 Philipp Leven Brennende Frage Regie Günther Sauer 30 Minuten SR 1972 Juni Lumpolo Die geduldige Seite des Papiers Regie Günther Sauer Übersetzung Josef Braun WDR 1972 Jochen Ziehm Ocke Dillens letzter Bericht Regie Günther Sauer Ocke Dillen Hans-Jörg Femi Ansagerin Gisela Claudius Lautsprecherstimme Ingrid Lammading Mädchen Silvia Bartholomei Flugfeldmanager Alf Maholm Ärztin Gisela Trove Borte Elektronik Wiebke Gründahl Männer am Flughafen Harald Meister Günther Kirchhoff Der Tourist Alexander May U.A.R. 59 Minuten WDR 1972 Thesius Hast du den Minotauros getötet? Regie Günther Sauer Sprecher Arno Gierke U.A. 1972 Luiz Gutemberg Der Prozess Crispin Regie Günther Sauer Übersetzung Willi Keller Willi Keller WDR 1973 Fred Kassack Knockout Regie Günther Sauer Mitwirkende Dieter Busche Rüdiger Kirschstein Ludwig Thiesen Hans Kaninberg Emily Reuer Dieter Eppler 49 Minuten SDR 1973 Esko Korpelina Die Stimme des Herrn Regie Günther Sauer Übersetzung Josef Braun WDR 1973 Martin Kurpion Einfach anfangen Regie Günther Sauer WDR 1973 Dieter Kühn Simulation Regie Günther Sauer WDR 1973 Ivor Wilson Souvenirs Regie Günther Sauer Übersetzung Clemens Badenberg Mitwirkende Helmut Wüstmann Elisabeth Opitz Robert Seibert Friedrich Otto Scholz Katja Lüdenbach Silvia Heidt Friedrich von Bülow Hans Gogl Enno Spielhagen 43 Minuten SR 1973 Pierre Bulle Eine Nacht ohne Ende Regie Günther Sauer Bearbeiter Günther Eich Mitwirkende Dieter Borsche Wolfgang Büttner Walter Richter 69 Minuten WDR 1974 Hans-Peter Buschmann Die Gerechtigkeitsfabrik Regie Günther Sauer WDR 1974 Günther Bruno Fuchs Der Aufbaustein Regie Günther Sauer 55 Minuten SDR SFB 1974 Peter Hemmer Hüttenabend Regie Günther Sauer WDR SFB 1974 Ari Koskinen Fein Övenio Informationsfluss AG Regie Günther Sauer Übersetzung Josef Braun Mitwirkende Erik Schumann Walter Juckisch Christian Marschall Fred Mer Klaus Kindler Alexander Hegers Liss Kertelge Rüdiger Bar Horst Sachtleben Muggens von Gado Wolf Petersen Hartmut Neugebauer Paul Lassner U.A.R. 48 Minuten WDR 1974 Borislav Pekic Borislav Pekic Wer war Lili Schwarz Kopf Regie Günther Sauer Übersetzung Peter Urban WDR 1974 Erasmus Schöfer Erasmus Schöfer Machen wir heute Was morgen erst schön wird Regie Günther Sauer Fieten Werner Schumacher Gattermann Gernot Deda Rolf Thomas Braut Schön gut Paul Heimke Deutsch Georg Lin Keuner Michael Thomas Schenkowski Hartmut Neugebauer Stütten Hans Helmut Deko Else Titel Karin Dieglischig 79 Minuten WDR HR 1974 Klaus Antis Günther Wallraff Freie Marktwirtschaft oder wir bestimmen Wer kauft Regie Günther Sauer WDR 1974 Gerhard Zwerenz Briefwechsel mit einem Kollegen Regie Günther Sauer Erste Stimme Gerhard Zwerenz Zweite Stimme Ernst Jakobi Erste Briefstimme Charles Wirtz Zweite Briefstimme Werner Runzhagen 63 Minuten HR 1974 Jens Hagen Gerd Wollschon Kutbay G1 Sans für Frank Regie Günther Sauer HR WDR 1975 Heinrich Henkel Betriebsschließung Regie Günther Sauer 56 Minuten WDR 1975 Dieter Kühn Herbstmanöver Regie Günther Sauer 39 Minuten WDR SR 1975 Torsten Reschke Der Stau Regie Günther Sauer 60 Minuten SFB 1975 Klaus Antis Günther Wallraff Betriebsunfall Regie Günther Sauer WDR 1975 Martin Walzer Martin Walzer Tassilo S. Grübel II Lindauer Pieter Regie Günther Sauer Tassilo S. Grübel Heinz Mayer Biddy Ricarda Bendorf Mutter Lina Carstens Ugo Dieter Eppler Maximiliane Brigitte Horni Berti Peter Heusch Klothilde Franziska Kalme U.A. 78 Minuten WDR SWF 1975 Alfred Anders Tapetenwechsel Regie Günther Sauer Mitwirkende Heinz Schacht Ingeborg Engelmann Vadim Glonne Günther Strack Charles Wirtz 71 Minuten WDR 1976 Dachiel Hemmet Hokus Pokus Katz und Maus Regie Günther Sauer Übersetzung Peter Fischer Bearbeiter Karl Dietrich Karls Mitwirkende Horst Michael Neuze Edgar Ott Robert Neugebauer Gerlach Fiedler Hellen Delatzko Adolf Fuller Matthias Ponier Marianne Moser Gisela Keiner 47 Minuten WDR 1976 Cotter Saar Julio Adios Robinson Regie Günther Sauer Übersetzung Boton Anneliese Mitwirkende Robinson Bar Rüdiger Freitag Ebert Erich Nora Walzer Franziska Banane Eret Peter Lautsprecher Stimme Sauer Sabine 39 Minuten WDR 1978 Hans Häusler Der Mörder klingelt nicht Regie Günther Sauer Mitwirkende Ilona Wiedem Günther Sauer Peter Roggisch Ecker Dux Sabine Postel Elisabeth Wiedemann Paul Birx Peter Schmitz Hörspiel des Monats März 1980,50 MINHR SWF 1979 Warum Im Namen Gottes Regie Günther Sauer Mitwirkende Michael Brennecke 1985 Josef Konrad Das Geheimnis von Samburan Regie Günther Sauer Bearbeitung Bernd Grashoff Mitwirkende Erzähler Günther Sauer Heischt Rolf Becker Lena Marion Marziensen Schomburg Harald Diedlf Jones Hartmut Dreck Riccardo Fred Mer San Giacomo Fred Klaus 89 Minuten Bayerischer Rundfunk Westdeutscher Rundfunk 1986 Melchior Schädler Nie Wiedersehen 51 Minuten BRSN 1987 Peter Michael Schenkel Jan Mein Freund Hörbild nach Peter Pol In der Reihe Leseprobe 30 MIN Sprecher Niki von Tempelhof Günther Sauer Musik Rainer Fabich Regie Erwin Reutzel BL 1990 Auszeichnungen 1974 Ernst Reuter Preis für Briefwechsel mit einem Kollegen von Gerhard Zwerenz 1977 Hörspiel des Monats Juni E-Schock und Neuroleptika von Theodor Weißenborn 1980 Hörspiel des Monats März Der Mörder klingelt nicht von Hans Häusler 1985 Hörspiel des Monats März Warum? Im Namen Gottes von J.P. Roberts und Jimmy Part 1986 Ernst Reuter Preis für Leben im Winter von Klaus Schlesinger